In diesem Video geht es um die besten Navigationsgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Navigationsgerät-Test geht an das TomTom Go. Staus vermeiden und Zeit sparen dank umfassender Verkehrsinformationen sowie Echtzeit-Updates, und das alles über Ihr TomTom Go Basic Navi. TomTom Karten-Updates für Europa ohne zusätzliche Kosten. Stets auf dem neuesten Stand mit dem Go Basic Navi, einfaches Navigieren dank Routen ohne Straßensperrungen und Verkehrsstörungen. Kabellose Verbindung, stets auf dem laufenden mit dem TomTom Go Basic Navi, regelmäßige Software und Karten-Updates für Europa einfach per eingebautem Wi-Fi, kein Computer erforderlich. Durchstarten in den Urlaub, Roadtrips bietet Ihnen tolle Fahrerlebnisse dank Tipps aus der Roadtrips Community. Einfach mit Ihrem Navi synchronisieren und losfahren. Schluss mit Ablenkungen am Steuer. Lassen Sie sich Nachrichten vorlesen, ohne den Blick von der Straße zu nehmen, das TomTom Go Basic Navi macht's möglich. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das TomTom VIA 62. Sie fahren wie ein Ortskundiger dank der innovativen Routenplanungstechnologie, mit der sich der Verkehr bei der Planung der Fahrt vorhersagen lässt. Mit unseren Navis wird das Fahren zum Kinderspiel. Wählen Sie einfach ein Ziel auf der Karte aus oder planen Sie Routen mit der TomTom My Drive App. Dank genauer Verkehrsinformationen können Sie Behinderungen vermeiden und auf clevere Routen ausweichen, damit Sie ohne Unterbrechungen unterwegs sind. Dank der unglaublich genauen Verkehrsinformationen kann Ihr TomTom VIA Routen clever anhand der Verkehrssituation planen. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellsten Karten haben, indem Sie Ihr TomTom VIA mit Ihrem PC verbinden. Planen Sie Routen, prüfen Sie die Verkehrssituation in Echtzeit und speichern Sie Ihre Favoriten mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Fahren Sie sicherer, indem Sie mit dem Lautsprecher und Mikrofon Ihres Navigationsgeräts als Freisprechanlage telefonieren. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Navigationsgerät-Test ist das TomTom Start 52. Das TomTom Start 52 Lite bietet grundlegende Navigationsfunktionen. Ziele lassen sich einfach finden über die Suchfunktion oder durch Tippen auf einen Punkt auf der Karte. Dank der unglaublich präzisen TomTom Karten kann Ihr TomTom Start 52 Lite Routen zum gewünschten Ziel clever planen. Regelmäßige Karten-Updates sind als kostenpflichtiger Dienst verfügbar. Sie verpassen keine Abbiegung und müssen keine riskante Spurwechsel vornehmen. Ihr TomTom Start 52 Lite zeigt die beste Fahrspur für Ihre Route an. Befestigen Sie Ihr TomTom Navi sicher und in optimaler Reichweite. Stellen Sie regelmäßig eine Verbindung zu einem Computer her, für Software-Updates, mit neuen Funktionen, besserer Leistung und zusätzlichen Optionen. Keine Plastik, reduzieren, wiederverwenden, recyceln, umweltfreundlich auspacken, leicht gemacht. Fangen Sie mit diesem Karton an. Falls Dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Ciao ausein. Falls Dir das Video gefallen hat. Falls Dir das Video gefallen hat bitte. Falls Dir das Video gefallen hat Donnell Falls Dir das Video gefallen hat. Vielen Dank.